Die Firma Bender Systeme GmbH und QKG ist einer der führenden Hersteller von elektrotechnischen Ausrüstungen und Komponenten für automatische Feuerlöschanlagen. Zudem bieten wir die Lieferung und Installation von Sicherheitslichtsystemen sowie modernster Videoüberwachung und Einbruchmeldeanlagen an. Aufgrund der großen Nachfrage und des ständig wachsenden Kundenstamms suchen wir für unseren zentralen Standort in Deudesfeld kompetente Elektroniker und Elektronikerinnen in der Fachrichtung Energie, Gebäude und Informationstechnik zur Verstärkung unseres Teams. Als offizieller Ausbildungsbetrieb der Handwerkskammer Trier bieten wir ebenso Ausbildungen in diesen Berufen an. Matthias Vögen ist einer unserer Azubis, der im vierten Lehrjahr kurz vor seiner Gesellenprüfung steht. Energieerzeugung war jetzt das Projekt, was mich am meisten begeistert hat in der Schule. Mal zu erfahren, wie der Strom überhaupt dahin kommt, wo wir ihn brauchen, wie er erzeugt wird, wodurch, was so die effizientesten Methoden sind oder die gängigsten Methoden. Ich habe mir in den ersten paar Wochen auch gedacht, das schaffe ich nicht, das verstehe ich nicht. Aber das kommt immer mehr im Laufe der Zeit und versteht die Sachen immer mehr. Wenn du ebenso wie Matthias Spaß an einer technischen Ausbildung hast, reiselustig und teamfähig bist und mit uns zusammen die Welt der Elektronik verbessern möchtest, dann bist du bei uns an der richtigen Stelle. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.